Hallo und willkommen zurück zu Tales of Xylia. Okay, sehr schön. Was muss ich denn machen? Suche Mila. 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 Okay. Ich weiß gar nicht so genau, wo die jetzt überhaupt hin ist. Yes, but all those other people weren't. Of course. What a terrible thing for me to say. Forgive me. Excuse me. Have you seen Mila? Well, this is the first time we've really spoken, isn't it? She's not with you? It seems like she went off by herself. Don't I know you from somewhere? Hmm? Are you perhaps acquainted with Miss Elise here? Elise? No, I don't know her. I have an errand I need to run. I'll see you later. What was that about? Anyhow, we should get back to searching for Mila. If Exodus catches her alone, she could be in trouble. Hey, Mila's not like you. She's one tough cookie. It's not Mila who's holding us back. What does that supposed to mean? Come on, quit playing around. Let's get back to the search. Oh, uh, right. Oh man, dieser Husten ist der Wahnsinn. Tut mir auch leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich wieder was hochladen konnte. Aber ich hatte Klausuren. Das war, das war brutal. Oh man, der ist doch mal. Also, ihr habt ein Problem. Oder ihr habt keine geist? Oh, natürlich nicht. Ich habe nur recherchiert. Ich war nur die Bräder hinter dem Referil. Ich bin historiker. At least, wenn ich nicht teaching. Der Name ist Karla. Karla, der Werner. Jeb Mathis. Dippo, zwei E's, was P? Gegeben. Und was dein Name? Oh Elise nice to meet you. Oh, you know some of the children I teach her right around you and how old are you 12? 12, huh? I know why don't we have a little pop quiz think you can pass a quiz Okay, there's an arena here in Shandu where all the different tribes compete Do you know who holds the record as the youngest champion ever the youngest champion ever? Who gives a quiz before teaching a lesson she can't answer if she doesn't Oh wait Elise look Oh dear, I'm afraid I'm running late. I hope to see you later Okay, was genau das auch immer sein sollte Und da ist jetzt die Frage Wo finde ich Mila denn? Ich weiß das selbst nicht mehr so ganz genau Insektenflügel Ist auch hier drin so alles so neblig oder so schmierig auf jeden Fall Aber ich glaube hier ist die nicht. Ich finde die hier drin nicht Das wäre ja Schwachsinn Also groß ist der Ort ja auch nicht Dass sie verloren geht Also groß ist der Ort ja auch nicht, dass sie verloren geht Okay, so sehr schön Where have you been? We were worried sick Sorry about that You too, Alvin Next time you storm off, tell us where you're going first Simmer down, kid Besides, looks like Elise wants to say something Um, ich denke, dass Isla ein bisschen weiß über mich. Warum sagst du das? Sie hat eine lange Zeit auf Elise und sah wie ein Gehirn. Sie hat sich ausgedacht, dass sie alle Angst haben, wie wir uns und so haben. Ich verstehe. Wenn wir die Isla sehen, wir nicht mehr lassen, diese Zeit zu kommen. Wir fragen uns, was sie weiß, okay? Okay. Hey, nicht die Leute, die Hightailen zu der Arena? Der Tournament wird bald zu beginnen. Hey, wir können nicht zu langsamer für unsere eigenen Tournament. Wir werden uns nicht verletzt, wenn wir nicht zurückkommen. Ist das wirklich so schlecht? Wernst du nicht an die Vorbeeren? Eine wundere Frau sagte mir, dass die Hesitation eine gewisse Schmerzen ist. Wir müssen weitergehen. Ah, ich denke so. Danke. Wie wusste du, dass wir Tournament-Fighters waren? Hm? Warum würde du hier sein? Outsiders sind entweder Kombatanten oder spectators, wenn es Tournament time ist. Das ist einfach komonsensensierend hier. Warum hast du das gefragt? Entschuldigung, etwas in meinem Kopf klickt. Wir gehen in die Arena. Okay, und zurück zur Arena. Schon krank, dass sie das nicht abgesagt haben. Ah, was will man machen? Die Schau muss weitergehen. Ja! Da wollen wir auf jeden Fall hin. Die Tournament-Kommitte hat plötzlich gewählt, um die Finale zu halten. Und sie hat entschieden, um die Late King zu verbreiten. Die Late King zu verbreiten? Du wirst nicht... Ich bin Angst, dass ich das mache. Eine Kampf um den Tod. Ich habe es nicht erwähnt. Aber die alten Regeln auch sagen, dass die Kampf ein-on-one ist. Was werden wir tun? Wir brauchen diese Wyverns. So forfeiting ist nicht eine Option. Aber das ist trotzdem sehr peculier. Warum würden sie revertrungen zu einem älteren Rahmenbedarf? Wake up und smell die Poison-Coffee, Kids. Es ist ziemlich obvious, dass dies ein Plot von Exodus ist. Die Leute versuchen dich zu schnauern. Entschuldigung? Hold on! Wie wissen Sie von diesen Meanies? Ist es okay für Sie zu sagen das? Mein Weg zu bedanken. Was bist du? Alvin arbeitet für Exodus. Was? Du wirst mich nicht wahr? Ich wünschte mich. Sie haben mich für sie verbreiten. Don't sagen, dass das Poison war... Das war nicht ich. Ich habe ein paar Dinge zu verbreiten. Ich weiß nicht, wer hinter mir war. Ich habe für sie gearbeitet, aber es war immer kleine Fries. Sag mir nur eine Sache. Können Sie uns nicht mehr mit ihnen arbeiten? Ja. Sie haben meine Worte. Gut. Hm. Sie waren die Pläne von Exodus? Ja. Ich habe ein paar Dinge gehört. Sie haben versucht, die Regeln für die Finale zu verbreiten. Und nutzen sie, um die Mila zu töten. Wenn Sie gewinnen, haben sie ein Pläne zu verbreiten. Sie denken, dass Sie sich verbreiten. Sie sind einfach für ihre Sniper in den Schiffen. Ja. Sie sind nicht verbreiten. Sie sind nicht verbreiten. Das ist ein Verbreiten. Ihre Planung ist ein Haus von Karten. Wenn jeder von Ihnen kämpft als Champion in meine Stead, dann wird das alles verbreiten. Oh, das ist gut. Ich nehme sie. Ich nehme sie. Alles, um sie zu entfernen. Sie sind schrecklich. Warum? Es ist viel zu gefährlich. Ich kann Sie nicht einfach riskieren, um ihr Leben zu verbreiten, um die Exodis in den Öl. Ja, es ist nicht wert. Mila wird sterben! Es sieht aus, wie Jude mit mir agrees ist. Sie wollen uns die Exodis-Agenten in den Ständen. Das ist dein Plan, richtig? Genau. Ja, genau. Sie sind ernsthaft? Sie sind ernsthaft? Normalerweise haben wir keine Art und Weise wissen, wenn Exodis wird. Aber jetzt haben wir ein Zeit und ein Ort. Es ist ein Logikal Plan. Wenn wir nicht jetzt nicht, dann gehen wir jetzt. Sie werden weg und finden Zeit, um ein neues Plan zu vorbereiten. Es gibt keine Warnung, dass das noch nicht mehr Verbreiten wird. Sie werden wirklich in den Ständen? Die Präde von deinem Clan ist auf der Linie, nicht wahr? Wir beide bekommen, was wir wollen. Sie sind wirklich etwas. Sehr gut. Wir sind weg und haben keine Wahl, sondern zu bewerten, dass alles richtig geht. Ihre Strategie muss zu erledigen. Genau. Let's go! Mila. Let's give Exodus a taste of their own poison. Agreed. Ich hab da kein... Kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich werde jetzt erst mal abspeichern. Oh mein Gott. Diese Erkettung seit Februar, seit ich in Japan war. Batch, das ist nicht los. Der Husten, alles drum und dran. Das ist so unangenehm. Kann ich denen irgendwas geben? Ich bezweifle es stark. Ja. Das dachte ich mir schon. Dann nehme ich jetzt einfach weiter am Turnier teil. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Was? Er hat das nicht geprüftet. Und mit diesem Art von Kraft, könnte es sein... Aspirix! I can hear the spirit's cries. We're too late again. N-no! Stop! Give him back! No! Stop it! Let me go! Give up the doll, sweetheart! No! Wait! Elise! What's going on, Leia? Someone kidnapped T-Bo! Elise just went after them! Hey! What happened to just one-on-one? Alvin! They weren't after you. Their target must have been T-Bo all along. There weren't any snipers in the stands either. I didn't know, I swear! Then it's up to you to save her. What? Do you mean you're testing my loyalty? I'm counting on you to do this. Just my rotten luck. Don't blame me if it goes south. Is he going to help Mila? Perhaps there are no snipers in the stands after all. Let's go then! Huh? Just Leia? Exodus captured T-Bo. Elise and Alvin went after them. Good heavens! Here we go! Äh, okay. Äh, gut. Aufleveln. Ah, die anderen auch noch. Dann mach ich das jetzt schon schnell. Psyche. 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 Ah, ich glaub, das sind Fertigkeiten, die ich ausrüsten kann. Und hier nochmal dasselbe Spiel. Gut, ähm, das mach ich jetzt auch noch gerade. Psyche. Intelligenz. Aha, aha. Gut. Dann machen wir das jetzt so. Hauen wir den aufs Maul. Wie stark sind sie denn? Aber das krieg ich doch hin. Oh, und das obwohl ich so lange nicht mehr gespielt hab. Da werde ich ja fast stolz auf mich. Der Wahnsinn. Und da war es nur noch einer. Und da kommt es dann. Ich bin freundlich. Jaja, alle Levelaufstieg, schon klar. Ja. Wahnsinn! Ist das eine Wettbewerb für die Katara-Klan? Sie wissen, wo Alvin und Elise fiel? Ich habe die Klan nachgebracht, aber ich habe noch nie gehört. Wir schauen sie auch! Holden, wir wissen, dass sie die Stadt verlassen haben. Sie werden nicht so viel Glück finden, wenn Sie die Stadt nicht kennenlernen. Wir haben die Lokal zu tun. Wir finden sie. Ich sage, dass Sie hier warten können. Sehr gut. Okay. Das dauert sehr lange. Sie denken nicht, Alvin hat uns gehalten? Wie hätte ich Elis gehalten, wenn ich sie so gesehen hätte? Wenn ich nur noch einmal bemerkte. Es ist nicht deine Schuld, Leia. Aber... Okay. Dann... Spirax-Stufen. Wie krank. Zu große Nähe. Wie krank. Wie krank. Die sind so süßes. Sie sind so goldig. Gut, ähm, speichern. Und dann werde ich jetzt hier einen Cut setzen. Es wird natürlich ein bisschen jetzt kürzer, der Part, aber das ist schon okay so. Ich werde danach direkt noch einen aufnehmen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi!